Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Rebel Talk. Wir werden heute über das Thema Nachtleben, Striptease und die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gesammelt haben, reden. Und zu Gast, also als Gesprächspartner, habe ich heute meine beste Freundin da, die Bella, aber sie stellt sich jetzt nochmal selbst vor. Ja, mein Name ist Bella, ich bin 30 Jahre alt und ich war sieben Jahre im Table Dance tätig, bis ich dann eine Ausbildung angefangen habe und jetzt aktuell im Krankenhaus arbeite. Wir werden mit ein paar Facts anfangen, damit ihr so ein bisschen das Grundgerüst des Table Dances versteht und überhaupt nachvollziehen könnt, wie dieser ganze Job funktioniert, bevor wir in den Deep Talk reingehen. Als Tänzerin, wenn man Vollzeit gearbeitet hat, haben wir meistens so vier bis fünf Tage in der Woche getanzt. Das ging immer so von 22 bis sechs, aber am Wochenende auch mal bis Open End, je nachdem, wie lange man durchhält. Ein Private Dance ist das Höchste, was ein Gast buchen kann. Er geht ungefähr zwei bis drei Minuten. Der Gast sucht sich eine Frau aus in dem Laden. Die Frau muss natürlich zustimmen und kostet zwischen 40 und 60 Euro. Das kommt ganz auf den Laden an. Es gibt natürlich auch anderes, was man buchen kann. Man kann die Frau, also die Tänzerin auch einladen zu einem Piccolo oder zu einer größeren Flasche Champagner. Da geht es ab 60 Euro Piccolo bis 500 die Flasche auf jeden Fall hoch. Da kann man nur mit der Frau sitzen und ein bisschen reden und die Zeit mit ihr genießen. Im Laden selbst unterscheiden wir zwischen Champagnerfrauen und Privatefrauen. Das ist aber so ein Codewort, was wir als Tänzerinnen benutzt haben. Und zwar gibt es Frauen, die besonders gut darin sind, Männer um den Finger zu wickeln und ihnen Tänze zu verkaufen. Und es gibt Frauen, die sehr trinkfest sind und besonders gut darin sind, viele Champagnerflaschen an einem Abend zu trinken. Die Frau profitiert natürlich auch davon. Und zwar kriegt sie eine anteilige Provision der Flasche. Und desto teurer die Flasche, umso höher die Provision der Frau. Um ins Table-Dance-Geschäft einsteigen zu können, muss man jetzt keine Erfahrungen haben. Man lernt teilweise auch meistens dort. Und gerade am Wochenende hat man vielleicht so zwei bis drei Tänzer auf der Bühne. Weil wir halt so viele Frauen auf der Bühne waren. Da gibt es auch eine bestimmte Reihenfolge, an die wir uns auch zu halten haben. Jede Frau darf sich ihre Musik selbst aussuchen. Das heißt, Bella zum Beispiel hat eher Technomusik getanzt. Ich habe meistens Rock getanzt. Und der DJ hat dann hinterlegt, welche Lieder die Frau gerne tanzt. Du konntest vor der Show zum Beispiel zu dem DJ gehen und sagen, das und das Lied möchte ich gerne bei der nächsten Show vorführen. Und das hast du dann auch meistens bekommen. Das ist aber natürlich in jedem Laden unterschiedlich. Aber da, wo wir gearbeitet haben und in den meisten Läden, in denen ich gearbeitet habe, war das so, dass die Frau da schon sehr viel mit Sprache recht hatte. So, dann erzähl doch mal, wie hast du mit dem Tanzen angefangen und was waren deine Beweggründe, mit dem Tanzen überhaupt zu beginnen? Also ich habe damals mit 18 Jahren angefangen und war in einem Club Felix gewesen. Und habe dort die Gugu-Tänzerinnen gesehen, die da oben getanzt haben. Und ich wollte unbedingt auch mal da hoch und tanzen, habe mich aber nie getraut. Und durch einen Bekannten durfte ich dann mal einen Abend zum Probeabend machen und habe mir dann auch direkt so ein Gugu-Outfit geholt. Und habe da oben erstmal ein paar Moves gemacht. Aber es war doch ganz schön anstrengend. Man hat danach auf jeden Fall gut geschwitzt. Und dann fing es eigentlich auch schon an, dass ich damals im ersten Laden im Gult an der Oranienburger Straße angefangen habe zu tanzen. Das war aber noch ohne Stange, das war halt nur auf der Bühne. Aber das war dann schon mit Ausziehen oder war das da auch eher so Gugu? Obenrum Ausziehen eher. Also schon Striptease. Ja, war schon Striptease, genau. Wie hat das bei dir angefangen? Ich habe mit 16 damals angefangen und einer der größten Gründe war natürlich das Geld. Weil ich bin sehr einfach groß geworden und ich wollte damals meiner Mama helfen können. Ich wollte mir auch was Schönes mal leisten können, was ich vorher nie wirklich konnte. Und mir hat das Tanzen sehr viel Spaß gemacht. Mir hat das Tanzen an der Stange vor allem imponiert, wenn ich so, ich habe manchmal so Meisterschaften bei YouTube geguckt. Paul-Dance-Meisterschaften gab es damals schon, aber das war noch nicht so verbreitet wie jetzt. Und ich fand das einfach nur unfassbar schön und grazil, wie die Frauen sich bewegt haben. Aber auch gleichzeitig fand ich dieses Milieu super fesselnd, weil ich das Gefühl hatte, alle sind so intim miteinander und alle können ihre Hüllen so fallen lassen. Also die Menschen haben auf mich sehr familiär gewirkt. Und das war etwas, was mir in meinem Leben auch gefehlt hat und was ich, glaube ich, in diesem Bereich gesucht habe. Also bei mir waren die Beweggründe ein bisschen anders gewesen. Ich hatte eher eine Zuflucht ins Tanzen gehabt damals. Ich hatte es, abdem ich dann in die Pubertät kam, nicht einfach zu Hause. Und das Tanzen gab mir so ein bisschen den Halt, dass ich Geld verdienen kann und nicht abhängig bin von zu Hause, um einen Grund zu haben, von zu Hause wegzugehen. Das war eher mein Beweggrund, warum ich auch angefangen habe damit. Würdest du das jetzt anders machen? Ich würde es jetzt wahrscheinlich anders machen, ja. Aber ich denke, unsere Erfahrungen prägen uns und formen uns zu den Menschen, die wert sind. Das gehört dazu. Ich will gar nicht anders sein. Ich bin so, wie ich bin. Meine Erfahrungen. Fandest du, dass das Tanzen etwas ist, wo du deinen Selbstwert verloren hast, während du das gemacht hast? Also nicht während des Tanzen, sondern während dieses Jobs? Also dieses Gefühl hatte ich eigentlich gar nicht, sondern eher, das hat mich eher gepusht, würde ich sagen. Man konnte sich schön anziehen, man konnte sich schön bewegen. Ich hatte da eigentlich gar keine negativen Gefühle gehabt oder so. Auch gegenüber den Männern nicht, wenn du dann in Gespräche kamst? Es gab auch Männer, die waren sehr abwertend. Da hat man sich schon ein bisschen unterm Wert geführt. Aber ich kann jetzt eigentlich nicht so negativ davon sprechen. Wie war es denn bei dir? Ich habe das Tanzen geliebt. Also das Tanzen hat mir auch immer so einen richtigen Push gegeben. Und wenn du da oben auf der Bühne stehst, fühlst du dich einfach. Du fühlst dich lebendig. Und das ist auch etwas, was ich tatsächlich manchmal sogar vermisse. Und was du auch mit nichts ersetzen kannst, wenn du da oben auf der Bühne stehst. Deine Musik hörst, fühlst. Du checkst auch gar nicht mehr, wer da unten sitzt. Es ist ein sehr geiles Gefühl. Aber ich mochte die Kommunikation mit den meisten Männern nicht so. Weißt du, ja? Ich saß dann auch manchmal den ganzen Abend irgendwo alleine und hab irgendwie kein wirkliches Geld verdient. Ihr dürft halt für euch einmal, ihr dürft nicht vergessen, wenn ihr dort nur rumsitzt und nichts macht. Ihr habt jetzt nicht irgendwie beim Strippen 200 Euro Gage oder so, dass ihr sagt, okay, immerhin. Sondern ihr müsst euch das wirklich selbst erarbeiten. Ihr lebt von den Provisionen der Flaschen. Ihr lebt von den Provisionen der Private Dances. Wir hatten sogar nur 40 Euro Gage gehabt am Abend, wenn wir gar nichts gemacht haben. Ja, genau. Was natürlich den Antrieb vergrößert bei den Frauen. Aber für Frauen, die zum Beispiel einfach nur gute Shows machen und jetzt nicht unbedingt gerne mit Menschen in Kommunikation stehen mit Fremden und da vielleicht auch ein bisschen schüchterner sind, ist das natürlich sehr schwer, dann wirklich Geld damit zu verdienen. Und das war bei mir am Anfang so, sobald ich betrunken war, weißt du ja, ging es dann. Die erste Sambuka. Wir haben immer Sambuka getrunken früher. Zum Start. Das war ihr Lieblingsgetränk. Jetzt könnte ich gar nichts mehr davon anpassen. Nee, kannst du nicht mehr. Nee, du wirst sofort schlecht davon. Gut, eigentlich gut, nicht scheiße. Ja, für mich war das auf jeden Fall ein Job, den ich nüchtern immer sehr schwer machen konnte. Also das Tanzen und das Ausziehen und so, das ist easy peasy, gar kein Problem. Das konnte ich auch jetzt wieder. Wenn du mir jetzt hier eine Bühne hinstellst und sagst, Cherry, mach mal, dann habe ich damit gar kein Problem. Aber womit ich halt echt irgendwie so ein bisschen zu knabbern hatte, war, dass ich mit Menschen halt sehr tiefgründige Gespräche führen muss. Und ihr müsst euch halt auch vorstellen, das sind ja auch Menschen, die dort reinkommen und gar keine Hülle mehr anhaben. Und das meine ich jetzt nicht bildlich. Die kommen jetzt nicht nackt da rein, aber die kommen seelisch nackt da rein. Da sind plötzlich Typen vor dir, die dir über ihre ganze Ehe alles erzählen. Wirklich alles, alles. Die dir aus ihrem Leben alles erzählen, von denen gerade jemand Angehöriges verstorben ist. Oder auch Männer, die Frust ablassen wollen und Frauen auch so ein bisschen dominieren wollen. Und das können sie natürlich, weil dort vieles mit Geld funktioniert. Das ist das Gefährliche, finde ich, an so einem Job, der so geldregiert ist. Ich fand auch im Laufe der Zeit, wo man halt auch Erfahrungen gesammelt hat in den Jahren, hat sich so der Blick auf die Männerwelt ein wenig verändert gehabt. Man hat zum Beispiel auch Gäste gehabt, die vielleicht auch einfach eine Familie zu Hause zu sitzen haben oder eine Frau auch. Und ich für mich war eigentlich so geschockt, dass halt Männer dann das verheimlicht haben zu Hause oder dann halt einfach mal nebenbei noch ins Lübdis Club kommen. Das hat mir so ein bisschen den Blick auf die Männerwelt so ein bisschen verdorben. Also ich sehe jetzt auch viele Männer anders und man kann mir nicht mehr so viel erzählen. Mir kann keiner was vom Himmel erzählen, weil ich weiß ganz genau, was dahinter abgeht. Es kann positiv, aber es kann auch negativ sein, weil du lässt halt einfach nicht mehr so viel auch emotional an dich heran durch den Job, den man so lange gemacht hat. Also das kann ich auch genauso bestätigen, dieses Bild, was du von Männern bekommst. Das ist schon krass. Und das Lustige ist, viele werden jetzt denken, boah, die Frauen, die diesen Job machen, die sind ja bestimmt auch nicht besser. Aber das Lustige ist, und ich will hier nicht wieder irgendwelche Klischees aufrollen, aber das Lustige ist wirklich, dass die Frauen, die in diesem Job arbeiten, also alle, mit denen ich zu tun hatte und von denen ich das weiß, ich weiß natürlich nicht, was hinter den Fassaden abging, aber die waren ihren Männern so extrem treu und loyal. Also das Männerbild hat bei mir auch extrem gelitten, weil nicht nur, dass die Männer ihre Frauen betrügen, sondern auch, dass sie nicht in der Lage waren, ihren eigenen Frauen zu erzählen, was sie für Gelüste haben, was sie für Fetische haben. Und teilweise waren die ja jetzt gar nicht schlimm, beziehungsweise welcher Fetisch, der keinem anderen wehtut, ist schlimm. Also, mein Gott, dann stehst du halt auf Füßen. Dann sagt das halt deiner Frau, da wird sie jetzt nicht nach zehn Jahren Ehe sagen, okay, bye, bye. Und das habe ich nie ganz verstanden, warum die Männer sich ja da irgendwie so den Ausgleich geholt haben und zu Hause nicht mit ihren Frauen über diese Themen reden konnten. Gab es denn verrückte Situationen, an die du dich noch erinnern kannst, die mit vielleicht Gästen passiert sind oder so? Einige. Jetzt kommt die gute Kiste raus. Einige. Aber ich hatte mal eine Situation, an die erinnere ich mich, die hat mich so ein bisschen geschockt. Und nicht, weil das jetzt was Negatives ist oder so, aber es hat mich trotzdem geschockt. Ich wusste nicht wirklich, was ein Fußfetisch ist, da war ich noch ziemlich jung. Und dann kam so ein mega hübscher Typ rein, der war, ich weiß gar nicht mehr, 23 oder so. Also auch noch voll jung, war Ingenieur oder gerade in seinem Studium, ich weiß es nicht mehr, also auch gebildet. Und dann meinte er, er ist extra aus der anderen Stadt gekommen, also ziemlich weit hergefahren, zwei oder drei Stunden waren das und wollte unbedingt einfach nur meine Füße im Private Dance die ganze Zeit küssen und hat mir dafür, ich weiß gar nicht mehr, 250 Euro oder so gegeben. Für mich war das jetzt nicht schlimm. Ich habe dann meine Füße danach gewaschen und es war dann okay. Aber es war schon komisch, weil man hat immer so ein Bild von jemandem im Kopf. Beispielsweise mit dem Täterprofil würde ich das gerne auf das Negative beziehen. Wenn du zum Beispiel belästigt wurdest auf Arbeit oder jemand dir übergriffig wurde, war ich manchmal richtig geschockt, weil das nicht unbedingt die, ich sage es jetzt wieder böse, die hässlichen Entlein waren immer, sondern es waren auch attraktive Männer. Und da habe ich auch was Positives für mich, zumindest kann ich sagen, mit rausgezogen. Wir dürfen halt nicht immer an diesen typischen Täterprofilen festhalten, im Positiven wie auch im Negativen. Also das war jetzt eine lustige Geschichte mit dem Typen, aber genauso gab es auch voll viele negative Sachen. Ich hatte einen Private Dance mit einem Typen, der auf mich so total normal gewirkt hat, relativ attraktiv war und mir ein Piccolo ausgegeben hat. Und danach bin ich nach dem Private Dance, ich weiß nicht, ob du das damals auch noch weißt. Doch, ich war dabei. Ich war noch mit dabei, ja. Ich weiß von dem Tag ja nicht mehr viel. Doch, da bist du abgeklappt an dem Tag, ja. Genau, ich bin total abgeklappt und dann kam auch der Krankenwagen und so weiter, weil ich halt K.O.-Tropfen im Drink hatte. Und die Typen, die das gemacht hatten, es waren mehrere, es war eine Gruppe, es war ein Typ, mit dem ich im Private Dance war, aber es war eine Gruppe, die sich abgesprochen hatte. Das waren Stammgäste und ich habe mir das nicht vorstellen können. Und da bin ich jetzt viel, viel vorsichtiger. Sowas passiert halt nicht nur, weil ein Typ nicht erfolgreich ist oder keine Ahnung was, sondern das sind Sachen, die in dem Kopf des anderen stattfinden, die ich gar nicht durchschauen kann als gegenüberstehende Person. Hattest du lustige Erfahrungen oder auch negative Erfahrungen? Also ich hatte mal, also ich habe einige auch, was für mich, also ja, lustig war, war, ich hatte mit einem Gast was getrunken, wir haben Champagner getrunken und er meinte, er würde mir nur was ausgeben, wenn er mir so schmutzige Fantasien ins Ohr flüstern kann währenddessen. Ich dachte mir so, okay, wie schmutzig kann es denn bitte schön werden, ja. Bis er anfing mir zu erzählen, wie er sich vorstellen würde, dass ein Pferd mich von hinten nehmen würde. Oder auch, wie ich im Wald stehe, von einem Pferd durchgenommen werde und währenddessen ein altes Ehepaar kommt und mich dabei beobachtet. Es wäre fast der Champagner aus dem Mund. Ich dachte, was ist das für eine crazy Geschichte. Wie hast du dich da gefühlt? Also konntest du noch? Also ich hatte mich eher, ich habe mich irgendwie komisch gefühlt, aber ich fand es halt lustig, weil es halt eine Fantasie war. Ich habe ja damit nicht so Berührungsängste, dass man Angst in der Fantasie bleibt. Oh Gott, da bin ich wieder der Typ gewesen, der Angst hätte, dass der Typ sowas privat vielleicht macht und in seinem Keller irgendwelche, weiß ich nicht, Frauen verstehe. Aber das gibt mich ja nichts mehr an, weil da bin ich ja dann nicht mehr. Deswegen, ich kann da nichts daran ändern, was er macht so. Und was anderes noch, ich hatte auch mal einen Gast kennengelernt, der ein Zwiller war. Ja, der hatte mir seine zwei Genitalien gezeigt und ich wollte es halt wissen, wie es aussieht und es sah echt crazy aus. Also ja, es war aus wie jetzt, wenn so eine Hülle über dem Glied war. Er hatte dahinter so ein kleines Mini-Loch, wo man draus, also wo man urinieren konnte draus. Also er zumindest auch urinieren konnte. Also es sah schon echt crazy aus, sondern im Endeffekt hat er auch gar keinen richtigen Orgasmus. Konnte er nicht haben. Also er sah eigentlich aus wie ein Mann, aber hat gesprochen wie eine Frau. Deswegen war das so auffällig. Aber krass, dass der so offen damit umgegangen ist. Auch irgendwie ein ganz bekannter Superstar aus Asien. Ja? Ja. Weißt aber nicht, wer. Er sah ein bisschen aus wie von damals von Tokio Hotel vielleicht. Wie ist der damit umgegangen? Also war das für den, war der so selbstsicher oder war der eher so? Er meinte, er fühlt sich eher wie eine Frau, kann das aber nicht ausleben, weil er da unten noch was dran hat. Oh Mann. Ja. Er hat sich in seinem eigenen Körper nicht richtig wohl gefühlt. Gab es etwas, was dich geprägt hat? Ja, also mich haben so Situationen, die ich eben erzählt habe, schon sehr geprägt. Wo ich das Gefühl hatte, dass ich jemandem irgendwie vertraue. Ich meine, klar, das war nur ein Gast. Aber wo ich dachte, okay, ich kann jemandem vertrauen und dann auf einmal ist das komplett anders und ich wurde halt einfach nur ausgenutzt und sexualisiert. Obwohl ich ja wirklich auch manchmal dachte, das klingt jetzt so verrückt für andere vielleicht, aber ich dachte manchmal wirklich, die Menschen mögen mich dort. Und es gab ja auch viele tolle Gäste, mit denen man wirklich auch geile Gespräche hatte. Aber andersrum gab es halt auch viele, die das halt auch ausgenutzt haben. Und ansonsten bin ich extrem stark geworden dadurch, weil es eine harte Schule war, aber auch eine sehr lehrreiche Schule. Du hast, glaube ich, in keinem Job mit so vielen Menschen, die sich wirklich so wahrhaftig zeigen, wie sie sind zu tun. Und mit denen du so viele verschiedene Gespräche führst, die so viele verschiedene Energie mit sich bringen. Und das ist was, was mich auf jeden Fall geprägt hat. Also ich würde überhaupt nicht urteile, extrem wenig. Und da bin ich auch total stolz drauf, weil ich mache keine Unterschiede zwischen einem Obdachlosen oder zwischen jemandem, der viel Geld hat. Wenn der Weib stimmt, dann mag ich dich oder ich mag dich halt auch nicht. Aber das ist was, was mich so extrem geprägt hat und was ich durch diesen Job so gelernt habe und wofür ich dankbar bin. Und ich wäre definitiv nicht so weltoffen geworden, hätte ich in einem anderen Job gearbeitet. Und bei dir? Dem kann ich nichts hinzufügen, weil ich denke, genau das gleiche wie du in dem Punkt. Du hast das super ergänzt gerade auf jeden Fall. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Sorry. Du hast dich sprachlos gemacht. Ja. War das für dich schwer, aufzuhören mit dem Tanzen irgendwann? Ich hatte ja, wo ich aufgehörte mit Tanzen, wurde ich dann schwanger. Und für mich war das jetzt eigentlich nicht so schwer. Nur, also das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist eigentlich, sodass man auf der Bühne steht und halt zu seinen Liedern tanzen kann. Das fehlt mir. Aber so alles, was drumherum war, so das Nachtleben, alleine auch schon, dass man Nachtzeit arbeiten muss und dass die Männer halt auch da waren und auch teilweise auch die Sprüche, die man sich reinziehen musste, wortwörtlich. Das vermisse ich, das vermisse ich nicht. Ich vermisse nur, wenn dann das tanzen. Dann müssen wir mal wieder richtig das Bein schwingen gehen irgendwo. Auf jeden Fall. Das wäre cool, wenn es einen Club gäbe, nur für Frauen, wo es gar nicht im Flirten geht oder sowas. Mit so drei Stangen. Mit so Stangen. Ich glaube, der Sage Club hat Stangen in Berlin. Da waren wir auch mal zusammen, ne? Ja, ja, ja. Gibt es den noch? Ja, doch, den gibt es noch. Den habe ich auch immer gefeiert. Nach der Arbeit sind wir auch ganz oft nach irgendwo hingegangen. Das war auch immer sehr witzig, was wir da erlebt haben. Weißt du noch, diese eine Bar zur Wilden Rose oder sowas? Zur Wilden Renate. Zur Wilden, nee, in Kreuzberg. Das sah aus wie so ein 80er Jahre Bordell. Irgendwas mit Rose auf jeden Fall. Ja, irgendwas mit Rose. Und ich weiß noch, da waren so crazy Leute und wir saßen dort und alle waren voll wild am Tanzen. Und das war irgendwie morgens um acht, dass wir dort saßen. Und dort waren alle angezogen, als wäre es Karneval. Also alle waren verkleidet. Und haben sich total ausgelebt. Und ich meine, jetzt ist das normal. Wenn du jetzt durch Berlin gehst, ist das so voll normal. Jeder ist irgendwie so voll bei sich und individuell. Und ich feiere das auch. Aber damals war das halt so, das war ja vor sieben Jahren oder so, noch nicht so. Und ich weiß noch, dieser Laden, der ist mir auch voll im Gedächtnis geblieben, wie sich dort halt alle ausgelebt haben. Also ich bin noch in meinen jungen Jahren früher, ja, wo ich noch den Elan hatte, bin ich direkt dann auch noch ins Kindi gefahren. Frühstück und so, ja. Oder ins Berghain. So, wenn ich das jetzt machen würde, sowas, ich würde umkippen einfach. Also ich könnte sowas jetzt nicht mehr, aber man hat schon ein bisschen so das ausgenutzt, könnte man sagen. Noch die Zeit ausgenutzt. Ja. Oder du hast auch direkt auch neben Kitty gewohnt, das war auch sehr günstig, muss ich sagen. Ja, stimmt, ich habe direkt am KitKat-Club gewohnt. Ja, war noch mit einem Gast mit einem Hund und dann. Ich habe meistens zu Hause gewartet, weil ich nicht so ein Clubgänger war oder bin. Und ich habe dann immer versucht, Bella zu erreichen. Und das ging manchmal dann so zwei Tage lang. Und Bella ist einfach nicht mehr an ihr Telefon. Und ich dachte immer, wo ist die? Ich habe mir da doch irgendwie Sorgen gemacht, dann war das Telefon irgendwann aus. Und ich saß immer wie so der verlassene Ehemann zu Hause alleine und wusste nicht, wo Bella ist. Und dann kam sie irgendwann nach Hause und hat erst mal einen Tag durchgeschlafen. Und wenn ich zum Beispiel nach der Arbeit noch was gemacht habe, dann war das immer eher so zu Hause. Dann saß ich immer mit meinen zwei besten Freunden. Damals hatte ich so zwei richtig gute Kumpels und die habe ich immer noch. Aber damals waren wir noch sehr intensiv in Kontakt. Dann saßen wir manchmal irgendwie auch, keine Ahnung wie lange, zu Hause und haben noch gequatscht. Und ich weiß auch gar nicht, wo wir die Kraft dazu her hatten. Jetzt noch mal zurück zum Table Dance. Wie war der Kontakt mit den Mädchen, also mit den Kolleginnen? War da eher so, dass du da Freundschaften gesammelt hast oder eher mit Abstand genießen? Es ist so witzig, mit meiner besten Freundin das zu machen, weil wir natürlich in Kontakt stellen, wenn du mich das fragst. Also hauptsächlich hatten wir immer Kontakt. Ja, wir saßen immer alleine in der Ecke. Wir saßen ganz oft zu zweit einfach nur und waren so ein Duo, was nicht gearbeitet hat und mehr getrunken hat. Wenn wir gearbeitet haben, dann waren wir aber eigentlich immer sehr erfolgreich. Aber wir waren halt auch sehr ehrliche Typen auf immer. Und das heißt, da muss doch erstmal jemand Bock drauf haben, mit uns so zu quatschen, weil wir halt nicht so die Typ-Frauen waren, die dann da saßen und die Männer so im Gart haben, sondern wir haben halt wirklich so, wie wir jetzt sitzen, gequatscht und coole Gespräche geführt und im besten Fall coole Antworten bekommen. Aber der Kontakt zu anderen Frauen war, also ich hatte nie irgendwie Probleme mit anderen Frauen. Ich hatte jetzt nie irgendwie mit einer richtig Beef, soweit ich mich erinnern kann. Eigentlich nicht, aber was ich mal beobachten konnte, wenn jetzt andere Frauen Stress hatten, war es eigentlich eher, wenn zum Beispiel eine Frau den einen Typen angequatscht hat und die eigentlich der anderen Tänzerin gehört hat. Dann gab es halt immer Stress, aber sowas hatte ich halt nie. Ich habe halt nie einen Typen angequatscht, der schon eine Tänzerin zugesagt hatte. Also das war halt auch ein No-Go, was halt gar nicht geht. Ja, das heißt, wenn eine Frau halt irgendwo gesessen hat, damit wir das nochmal kurz erklären vielleicht, wenn eine Frau irgendwo gesessen hat bei einem Typen und von dem eine Flasche ausgegeben bekommen hat oder Flaschen sogar, dann hat der Typ, wie Bella gerade so schön gesagt hat, der Frau gehört. Und dann durfte da keine andere Frau mehr ran. So wie im echten Leben. Nein. Aber natürlich will die Frau, die gerade an dem Mann verdient, nicht teilen. Und wenn dann eine andere Frau, wenn die eine zum Beispiel gerade auf Toilette ist oder vielleicht auf die Bühne gegangen ist, an den Gast rangegangen ist hinter dem Rücken, dann gab es da schon echt krasse Bitch-Fights. Ich weiß auch, dass die eine Tänzerin der anderen mal hinten in der Umkleide, da kam ich vielleicht in die Umkleide und hat deren High-Heel in den Kopf geschlagen. Dann bin ich dazwischen gegangen, da hat Gott sei Dank nichts passiert, deswegen ist es mir auch so witzig in Erinnerung geblieben. Aber, Alter, was damit mal abging, puh, das war schon nicht ohne. Also jeden Abend eigentlich, ne? Ich würde schon sagen, jeden Abend gab es dort schon. Ja, gab es schon auf jeden Fall Krieg. Krieg. Ganz schlimm war es auch, wenn der Laden leer war. Also in der Woche sind zum Beispiel nur so Stammgäste da oder Gäste, die halt ausgesorgt haben und sich das auch leisten können in der Woche, sich da volllaufen zu lassen. Und wenn dann irgendwie nur so drei, vier Gäste im ganzen Laden waren, aber trotzdem 30 Frauen, die darauf ausgesetzt waren, wie... Teilweise auch 50 Frauen. Ja, teilweise wie 50 Frauen. Ja, und die Frauen sind ja ausgesetzt, so wie die Löwen oder Tiger, auf die Männer raufzugehen. Ja, kaum kam der erste Mann direkt gleich alle rauf. Hast du auf was geachtet bei den Männern, wenn die reingekommen sind, um die so abzuchecken, bevor du rangegangen bist? Also der Geruch auf jeden Fall, ob ich den riechen kann. Wenn ich den nicht riechen kann, geht gar nichts. Und ich hab eher so auf, eigentlich eher so auf den coolen Typen geachtet, so auch gar nicht auf den, weil meistens, ich war eigentlich eher so, eher die dominante Tänzerin so. Und ich muss sagen, ich hatte eigentlich nie Probleme mit irgendwelchen Männern, die jetzt irgendwie irgendwas versucht haben bei mir oder sowas, sondern ich, wahrscheinlich, weil ich einfach auch sehr dominant gewirkt habe. Mein 1,80 groß mit den Schuhen, 1,83 groß mit den Schuhen. Und ja, keiner sagt was, ja, ihr müsst euch das sagen. Weil er hat ja einen Laden gehört. Und dann habe ich mein Tattoo, es war halt auch schon ein anderes Erscheinungsbild und ich kam halt nicht so gut an. Ich hatte oft so die Typen, die eine Frau gerne als Accessoire irgendwie nur wollten. Und das war gut, weil ich musste mit denen meistens nicht viel reden, sondern einfach nur irgendeinen teuren Champagner trinken, damit die anderen Gäste sehen, dass die sich den teuersten Champagner leisten können, was immer sehr gut war damit, weil ich provisionstechnisch natürlich und mich nicht schlecht dadurch verdient habe. Aber mir hat jetzt auch manchmal Gespräche gefehlt mit denen. Gab es Gäste, die von dir besessen waren oder die wegen dir immer wieder gekommen sind? Ja, es gab einen speziellen Gast, der nicht normal war. Der kam in den Club und hat sich immer außen hingestellt und hat erstmal die ganzen Mädels beobachtet. Und meine erste Erfahrung war mit ihm, er meinte, er möchte gerne mit ihm private machen. Dieser Private sollte aber kein gewöhnlicher Private sein, sondern er möchte gerne Rollenspiele mit ihm machen. Heißt aber ja auf die dominante Seite. Also ich bin zum Beispiel auch mal die böse Lehrerin. Oder was war ich noch? Die Mutter, die ihr Kind so gesagt ermahnt hat, weil es eine Sechs nach Hause gebracht hat. Und der kam wirklich sehr, sehr oft. Also der kam eigentlich nur deswegen, dass wir Rollenspiele in den Private machen. Und das Krasseste, was er dann von mir immer verlangt hat, war, dass ich ihm auf dem Bauch ein Geschäft, eine Idee geben soll. Ich dachte mir so, nein, das kann es jetzt nicht bringen. Das geht gar nicht so. Also wir haben eigentlich nur diese anderen Rollenspiele gemacht. Und ich konnte da meine dominante Seite sehr gut ausheben. Das hat mir auch sehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber das mit dem Geschäft habe ich natürlich nicht gemacht. Das sagt, no, no way. Klingt ja ganz zu weit. War es bei dir Stalker? Oder so besondere Gäste? Stalker hatte ich, gab es ein paar. Ich hatte einen, der wusste immer genau, wann ich Feierabend habe. Also ich hatte ja immer zu unterschiedlichen Zeiten Feierabend, aber irgendwie hatte er das immer gecheckt und stand dann da stundenlang mit seinem weißen B**** vor dem Laden. Und ich weiß noch einmal, da bin ich, ich bin ja nicht oft ins Kitty, aber da war ich irgendwie einmal im Kitty und sogar das hat er mitbekommen. Und dann stand er plötzlich vorm Kitty. Und der hat sich auch immer so kranke Sachen ausgedacht. So, der hat mir dann erzählt, ja, er ist jetzt Millionär und hat 30 Millionen Euro geerbt. Und ich meine, wir sind ja da, um Geld zu verdienen in einem Laden. Und wenn ich dann so gesagt habe, okay, willst du mir jetzt eine Flasche ausgeben oder so? Ja, ich kann dir halt ein Piccolo ausgeben. Und ich dachte mir so, okay, alles klar. Wer scheint es sein? So, und mich interessiert das ja gar nicht. Ich habe ihn ja nie gefragt, wie viel der hat, aber der hat von sich aus immer so groß getan. Und der war ganz anstrengend. Und der hat mich auch lange verfolgt, auch bei Social Media richtig, richtig lange. Und dann gab es einen, der war aber wirklich krank, glaube ich. Und da ärgere ich mich im Nachhinein auch, dass ich da nicht besser gehandelt habe. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich hatte dir das, glaube ich, auch mal erzählt. Vor dem hatte ich richtig Angst. Das war so ein Typ, der hatte mir bei Facebook geschrieben. Und das hört sich jetzt lustig an. Er hat geschrieben, er ist Bushido. Und dann bin ich auf sein Profil gegangen. Und dann hatte der eine Uhr, also so eine riesige Uhr, die er aber selbst gemalt hat mit Buntstiften. Und die hingen im Hintergrund auf seinen ganzen Selfies drauf. So, und dann hatte der, kennst du diese quietsche Hühner für Hunde? Ja, ja. Für die so quietschen, so Spielzeug, Appetierspielzeug. Und der hatte überall kopfüber so eine quietsche Hühner neben dieser Uhr hängen. Und auf jedem Foto war das irgendwie drauf. Aber so richtig unscharfe Fotos, als ob die so ein Vierjähriger geschossen hätte. Also, so als ob du dem Vierjährigen das Handy in die Hand gibst und dann schießt jetzt die Bilder. Und total komisch. Und der hatte mir bei Facebook immer geschrieben. Und dann habe ich den geblockt. Habe mich halt zu dem gesetzt, also zu einem Gast gesetzt. Und habe mich mit dem unterhalten. Und der konnte sich auch ganz normal ausdrücken. Und auf einmal sagt er, ich bin übrigens Bushido. Und mir kam das sofort hoch. Und dann meinte er, dass er auf dem Friedhof gerade war und so. In Schöneberg irgendwo und bla. Und dort gerade Drogen gekauft hat. Und er hat so wirres Zeug geredet. Dann bin ich zu einem Security gegangen. Und habe gesagt, dass ich da nicht mehr sitzen möchte. Und dass der Mann auf mich irgendwie verwirrt wirkt. Ob wir den vielleicht, ja, höflich rausschmeißen können. Weil ich wusste damit irgendwie nicht umzugehen. Also ich kann das gar nicht so genau erklären. Weil ihr denkt jetzt bestimmt, oh, der hat doch nur gesagt, der ist Bushido. Mein Gott. Aber das war halt schon krass. Der saß so neben mir, da habe ich so angeguckt. Hat ein komplett normales Gespräch mit mir geführt. So diesen Smalltalk. So, hey, wie geht's dir? Wie heißt du? Ich heiß so und so. Ich heiß so und so. Und dieser ganze Smalltalk fand halt ganz normal statt. Und auf einmal guckt er mich an und sagt, ich bin Bushido. Und er wollte richtig diesen Schalter bei mir auslösen, um mir Angst zu machen. Also der war auch nicht dumm, sondern der war total taktisch in der Hinsicht und wollte richtig diese Angst in mir auslösen in dem Moment. Und ja, der meinte dann, der hat auf dem Friedhof Drogen gekauft und so weiter. Dann bin ich, habe ich gesagt, ich gehe auf Toilette und bin zum Security, meinte, ob wir den rausschmeißen können. Und dann kam der immer wieder, aber ich bin ja so gesichtsblind. Und der hat auch so ein Allerweltsgesicht gehabt, der Typ. Und dann kam der einmal mit einer Voodoo-Puppe und stand neben mir. Und ich weiß noch, ich stand an der Bühne da, wo die Sitze zur Bühne hingehen. Und ich stand hinten am Sitz sozusagen. Und auf einmal tippt mich jemand an und gibt mir so ein Spielzeug in die Hand. Und dann sagt er, hier, das ist für dich. Und ich so, was ist das? Und ich habe das erst nicht erkannt. Und dann war das eine Voodoo-Puppe. Und dann meinte er, das ist mein Abschiedsgeschenk an dich. Danke fürs letzte Mal. Und dann habe ich das erst gecheckt, dass das wieder der ist. Und die Security hat das anscheinend auch nicht gecheckt und hat den ja auch wieder reingelassen. Und dann bin ich wieder zur Security und habe denen das gesagt. Und dann gab es noch so zwei, drei Situationen, wo der wiederkam. Da war dann aber nichts Schlimmes mehr. Da haben wir es dann relativ schnell gemerkt. Aber der Typ war wirklich gestört. Und dann hat er bei Facebook sich neue Accounts gemacht, wieder mit diesen verstörenden Bildern. Und hat mir immer wieder dort geschrieben. Und du kennst ja noch Alex, eine Freundin von mir. Und ich weiß noch, ich saß mit ihr einmal zu Hause alleine in meiner alten Wohnung da in Weißensee. Und wir saßen da. Und der Typ hat uns so kranke Nachrichten geschrieben. Also so Sachen wie, ich will dich vergewaltigen. Und ich werde dich finden, egal wo du bist. Du kannst mich blocken, wie du willst. Du kannst mich rausschmeißen lassen, wie du willst. Ich weiß immer, wo du bist und so. Und das war so verstörend. Der hat mir auch so eine Texte geschrieben und mich beleidigt. Und ich habe das gar nicht verstanden. Also das Ganze ergab für mich kein Konzept. Weil diese Hühner, diese selbstgemalte Uhr. Ich habe dann halt, auch als ich so gemerkt habe, wie gestört er ist, weiß ich noch, habe ich diese ganzen Bilder wie so ein Inspektor analysiert. Und ja, das war auf jeden Fall richtig krass. Keine Ahnung, ob der das gespielt hat, wenn er mir wirklich Angst machen wollte. Das war ja wirklich so. Das hat schon crazy an. Aber der war schon echt nicht ohne. Und auch dieses Ich bin Bushido. Hä? Ja, achso. Und auch so dieses Ich bin Bushido. Da dachte ich mir so, hä? Was ist das für eine Aussage? Naja. Aber der war schon echt krass. Aber es gab auch einen Gast, der, würde ich sagen, im Nachhinein sehr doll in mich verliebt war. Und auch sehr gut zu mir war. Und auch sehr darum gekämpft hat immer wieder, dass ich mit ihm sitze. Aber das war mir dann zu viel, weil ich ja auch nicht unbedingt mit den Gefühlen von jemandem spielen wollte. Und was es halt viel gab, ich weiß nicht, ob du das auch viel hattest. Aber das ist wahrscheinlich auch, weil ich halt so klein, zierlich bin und jetzt vielleicht nicht unbedingt so die dominante Person. Ich habe in den Männern ganz oft dieses Ich-muss-dich-herausholen-Syndrom ausgelöst. Ich muss dich retten. Ja. Und irgendwie lief das ganz oft darauf hinaus, wenn ich mich mit Gästen gut verstanden habe. Und ich dachte, wir sind so befreundet. Und die besuchen mich einfach gerne, dass die dann plötzlich das Gefühl hatten, ja, ich muss mit dir reden. Ich will jetzt, dass du diesen Job nicht mehr machst und ich helfe dir. Und diese Pretty Woman Story so ein bisschen durchziehen wollten. Und das hatte ich mehrfach. Ja, und das tat mir dann immer sehr leid für den anderen irgendwie, weil mich musste keiner retten. Ich habe mich am Ende selbst gerettet. Ja. Aber das hat mich auch irgendwie immer berührt. Trotzdem. Aber andererseits hat es mich auch so sauer gemacht, weil ich immer dachte, wirklich so hilflos auf die Männer, dass sie mich alle retten wollen. Ich bin doch hier eine gestandene Frau. Mein erster Private Dance. Ich habe mich, glaube ich, eher geschämt, weil ich ja auch, also bevor ich meine Brüste machen lassen habe, hatte ich halt eine sehr kleine Oberweite und hatte mich eigentlich, also bis zur letzten Minute des Tanzes hatte ich eigentlich alles an und habe nur in den letzten, vielleicht in den letzten fünf oder zehn Sekunden ausgezogen, weil ich mich noch geschämt habe. Aber ich sage mal so im Laufe der Zeit und also im Laufe der Zeit habe ich meinen Körper lieben gelernt und habe auch einen besseren Umgang mit ihnen gefunden, auch wie du dich bewegst beim Tanzen oder wie du am besten was vielleicht in deinen nicht so schönen Stellen für dich kaschieren kannst beim Tanzen. Und ja, aber es kam, glaube ich, erst, nachdem ich meine Brüste machen lassen habe, so wirklich dieses, hier bin ich, show me. Ja, dass du dich selbst richtig wohl gefühlt hast und das auch anderen zeigen konntest. Und ich muss, glaube ich, auch dadurch sagen, dass ich gar kein Problem habe, mich so vielleicht am Strand vielleicht einfach mal so umzuziehen oder so. Also, da forderte ich halt echt Berührungsängste damit, aber jetzt teilweise kann ich mich einfach so umziehen, ohne dass ich sagen muss, oh, ich muss sowas irgendwie verdecken oder so. Weiß Gott, einfach dazu, so sind wir. Wie war das für dich, wenn dich aber trotzdem einander immer noch angefasst hat? Also, hat das dann was in dir ausgelöst? War das für dich, konntest du ausblenden, dass das immer wieder jemand anderes ist oder? Also, ich muss sagen, beim Privatenz gab es schon einige, die dann versucht haben, mehr anzufassen, die dann auch teilweise versucht haben, untenrum irgendwie was reinzustecken. Ja, das, da habe ich direkt halt auch die Hand weggeschlagen, habe gesagt, wenn du das noch einmal machst, dann gehst du hier raus, ja. Und dann war das auch gut und dann hat auch keiner sich mal herangetraut. Aber es gab schon Männer, die sich mehr rausgenommen haben, als eigentlich erlaubt ist, ja. Also, da habe ich eigentlich schnell Grenzen gesetzt und dann war das Ding auch durch danach. Ja, wie war das bei dir? Gab es bei dir Männer, die ein bisschen, wie soll ich sagen, die mehr gemacht haben, als sie eigentlich durften? Also, mein erster Private Dance war ziemlich verrückt, da ich zu dem Zeitpunkt noch keine sexuelle Erfahrung gesammelt hatte. Also, ich war noch Jungfrau und sollte dann mit einem fremden Mann intim werden. Die meisten Frauen, glaube ich, die in so einem Job arbeiten, die wissen, mit ihrem Körper umzugehen. Ich wusste absolut gar nichts. Ich war sehr spätreif, wenn es um meine eigene Sexualität ging. Und ich war 16. Es war ein sehr viel älterer Mann. Und ich habe es als etwas sehr Negatives, also als Trauma im Kopf noch, mich anfassen zu lassen, das erste Mal. Und für den zu tanzen, beziehungsweise ich habe mich auch gar nicht viel anfassen lassen. Ich habe dann irgendwann mich oben entblößt, aber halt nicht so zu ihm hin oder so, sondern habe dann auch ganz schnell abgebrochen. Und mir ging es danach nicht gut seelisch, das weiß ich noch. Und mit der Zeit, muss ich sagen, war das für mich eine Routine. Das war für mich nichts anderes mehr, wenn mich jemand berührt hat, als wenn ich jemandem die Hand schüttel beim Guten Tag sagen. Weil ich hatte da kein Gespür, weil ich bin weder jetzt geil davon geworden, noch hat es irgendwas Negatives, ehrlich gesagt, in mir ausgelöst. Das Krasse war bei mir sogar, dass ich manchmal, wenn Gäste noch einen zweiten Private Dance wollten, die angeguckt habe und dadurch, dass ich ja so ein bisschen gesichtsblind bin, nicht mal mehr wusste, dass der schon eben einen Private bei mir hatte. Und habe gesagt, ah, okay und blau. Und der Typ dann so, hä, ich war doch gerade schon mal bei dir, kannst du dich nicht an mich erinnern? Und es war immer total unhöflich natürlich den Typen gegenüber. Aber ich habe mich wirklich manchmal gar nicht mehr erinnern können an den Private Dance oder was ich da gemacht habe oder wer das war oder sonst irgendetwas. Aber ich habe während des Private Dances gar nicht intensiv über das, was ich da gerade tue, nachgedacht. Ich habe manchmal daran gedacht, dass ich die Wäsche noch machen muss. Ich habe manchmal darüber nachgedacht, was ich gleich esse. Ich habe an alles Mögliche gedacht, aber nicht an das, was ich gerade tue. Das war für mich jetzt nichts Schlimmes mit der Zeit mehr, sondern eher etwas, an was ich mich gewöhnt hatte. Und man ist jetzt positiv oder negativ bewertet. Ja, wie lange das Lied noch geht. Genau, oder wie lange das Lied noch geht. Das ist auch noch ein Lied, super, okay. Das Lied noch, muss ich mich schon ausziehen. Das Lied ist oben rum aus. Und das Ding ist ja auch so, du sitzt dann ja so oben ohne da und hattest so, ich sage mal, du verkaufst deine Illusionen in diesen paar Minuten. Und danach ist es ja eher so, dass du ganz schnell raus willst, weil du willst dich umziehen, du willst noch einen trinken, du willst zu deinen Mädels, du willst zum nächsten Gast, du willst mehr Geld verdienen, also was auch immer, aber du willst auf jeden Fall aus dieser Kabine raus. und wie die Stimmung dann auf einmal ganz oft gekippt ist, das ist mir dann immer so aufgefallen. Ja, okay, danke schön, tschüss. So, nach dem Motto. Ich habe dann manchmal gar nicht darüber nachgedacht, dass das gerade vielleicht ein Mensch ist, der von sonst wo, vielleicht sogar wegen mir, dahin gekommen ist und einen besonderen Abend erleben wollte, der viel Geld da reingesteckt hat. Für mich war das irgendwie so krass Routine, dass das für mich gar keine Person mehr hinter dem Menschen war, wenn ich das so erklären kann. So ist fertig, Schluss, kann es jetzt gehen, war schön, okay. Ja genau, hat er dir gefallen, war alles okay? So, als ob du dem gerade irgendwie, weiß ich nicht, eine Solarplatte verkauft hast. Hattest du Rituale, wenn du nach Hause gekommen bist von der Arbeit? Also ich hatte mich eigentlich immer, 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 immer komplett geduscht und es hat teilweise auch sehr lange gedauert, bis ich da rauskam, weil ich diesen ganzen Dreck, Schmutz, auch alles, was auch seelisch bei mir war, einfach abwaschen konnte. Das war eher mein Ritual. Wenn ich mal dann nach Hause gekommen bin. Was manchmal bei Bella so lange gedauert hat. Ich glaube, es war die Rituale. Ja, auch mit dem Duschen, dass ich auch das Gefühl hatte, ich muss alle Hände, die mich berührt haben, abwaschen. Und dass ich von der, also bei mir ist es ja nochmal mit den Namen sehr krass, einmal auf Arbeit war ich Cherry und auch bei Social Media und privat bin ich Leo. Und wenn ich die Cherry abgelegt habe, dann habe ich mich abgeschminkt, habe mich wieder in meine eigentliche Form seelisch gebracht und konnte dann mit der Cherry auch wirklich abschließen und habe auch tatsächlich Unterschiede vom Verhalten durch andere Menschen, die mich darauf aufmerksam gemacht haben, wahrnehmen können. Zum Beispiel hat mein Ex-Freund gesagt, wenn ich, als die Cherry nach Hause kam, mit diesem düsteren Style, Kleidungsstil, unnahbar von der Art auch teilweise und ja, vielleicht auch ein bisschen abgefuckt, würde ich sogar schon sagen. Dann musste ich erst mal duschen, meinen Schmuck abmachen, meine Wimpern abziehen, die auch immer sehr extrem waren und flache Schuhe anziehen. Dann war ich wieder klein, zierlich, süß. Das ist sehr, sehr hohe Schuhe. So hoch waren die eigentlich mit der Sohle bestimmt schon. Schade, dass wir sie nicht hier haben. Du warst so groß wie ich, wenn ich keine Schuhe hatte. Auf jeden Fall hat mein Ex-Freund damals mal gesagt, dass ich, wenn ich das alles ablege, Wimpern und so weiter, dann ja, wie ein anderer Mensch bin. Stimmt, dein Name war Sherry und mein Name war? Trisha. Trisha. Trisha, einfach nur Trisha. Wie der Mähdrescher. Ich bin der Trisha. Da komme ich zu dir. Gib dir einen kleinen Private-Dance. Die war auch manchmal so schroff. So kommen wir jetzt in Private-Dance. Der Trisha kommt. Das habe ich immer. Also wir haben uns immer gut ergänzt, auf jeden Fall. War schon lustig, ja. Ich hatte einen Gast, der, an den kannst du dich wahrscheinlich auch noch erinnern. Jetzt bin ich gespannt. Der wollte immer mit Kerzenwachs übergossen werden, ausgepeitscht werden, beleidigt werden. Ich sollte ihm sagen, dass er das Klo mit seiner Zunge säubern soll. Ich weiß, dass ihm eine andere Frau eine Klobürste eingeführt hat. Sag doch, dass ich es bin. Ich war es. Und ich hatte Spaß dabei. Was? Hat mir Spaß gemacht. Meine dominante Seite auszunehmen. Ups. I'm so sorry. Der hat dann immer sehr, sehr viel dafür bezahlt, ne? Oh ja. Über Paypal. Der war auf jeden Fall auch sehr special. Oder es gab auch eine Situation mit dem, da wollte er, dass ich ihm all seine Kleidung wegnehme und ihn auf die Straße schicke. Und die Straße war richtig voll. Mir taten halt die Menschen übelst leid. Und ich hab dann die ganze Zeit überlegt, ob ich das jetzt echt mache. Aber ich war leider so doof und jung und hab's gemacht. Und da ist dann an der Straße komplett nackt einmal langgelaufen und wieder zurück. Das war auch eher ein Mann aus der gehobenen Klasse, ne? Ja, mit einem sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Job. Finanziell, naja, ausgesorgt bis zu den Enkelkindern wahrscheinlich. Wie hat denn der Typ reagiert, als er wiederkam? Er war sehr oft Drogen und er wollte nochmal konsumieren und er hatte mal so einen kleinen Esslöffel, mit dem er sich die Drogen eingeflößt hat und hat sich dann gleich wieder den nächsten Hieb gegeben. und er hat eigentlich gar nicht viel geredet, also da war gar nicht viel Kommunikation. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich ihn kenne, obwohl ich ihn so viele Jahre kannte. Ich kannte den, glaube ich, fünf, sechs Jahre, also der hat mich eigentlich von Anfang an begleitet und irgendwie habe ich aber nie, es gab mal so Momente, wo ich dann sowas über seine Familie oder über seinen Job oder über seine Exfrau oder so erfahren habe und das wollte ich auch immer rauskitzeln, weil mich wirklich interessiert hat, was hinter dieser für mich, das ist jetzt wertend, aber doch schon sehr kaputten Seele gesteckt hat und welche Person da einfach hinter ist, weil ich das ja gar nicht wusste, weil der war ja eigentlich, du kannst dich ja selber an ihn erinnern wahrscheinlich, also der war ja eigentlich die ganze Zeit nur damit beschäftigt, Drogen, Selbstverletzung, Selbsthass, benutze mich, am besten nimm mir mein ganzes Geld weg und ja, das war schon krass, weil irgendwie macht dieser Job der ja schon, drückt der ja schon so einen Stempel auf die Stirn, ob du jetzt willst oder nicht und viele Männer sehen dich dadurch negativ beziehungsweise denken, du bist leicht zu haben oder sonst was, was ja gar nicht der Fall ist, genau. Du bist ja gewertet, nur weil du dich aussiehst, gibst du dich auch leicht. Zeig mir zum Beispiel eine Frau, die nach dem Job noch wirklich Bock auf Sex hat oder die nach diesem Job noch Bock hat zu flirten und in irgendwelche Clubs zu gehen, was auch nicht schlimm wäre, wenn das so wäre, aber es ist bei den wenigsten der Fall. Wie war das bei dir? Hattest du noch Lust auf deinen eigenen Partner oder auf andere Männer, wenn du von der Arbeit kamst oder in diesem Zeitraum, wo du gearbeitet hast? Also, ich hatte eigentlich nicht so oft Lust, aber ich muss auch dazu sagen, dass ich eigentlich gar nicht so in der Beziehung drin war, weil ich weiß nicht, es war eher schwierig, einen Partner zu finden, der das akzeptiert, dass du tanzt und beziehungsweise auch damit leben kann, dass okay, meine Freundin tanzt und ist hier zu Hause. Es gibt halt sehr wenig Männer, die damit umgehen können. Woran liegt das, denkst du? Woran liegt das? Ich denke, dass es daran liegt, dass sie halt wissen, was vielleicht auch in so einem Club passiert, aber auch viele sehr unwissend sind und halt auch denken, dass wir sonst was machen. Im Endeffekt aber eigentlich gerade du und ich, wir sehr auf Abstand mit den Männern dort waren, weil ich das überhaupt nicht abkann. Zurückzuführen, das ist dann eigentlich aufs Ego, würde ich fast sagen, so wie du es jetzt betitelst, weil die Männer, ja, weil die Männer Angst haben, nicht zu reichen und dass du jemand Besseren finden könntest oder dich in jemand anderen verliebst oder, ne, ja, weil sie das aus viel emotionalerer Sicht betrachten, als wir das in dieser Zeit des Jobs vielleicht auch. Genau, wir sind eher so abgekühlt und in der Zeit, wo wir da arbeiten, aber. Eigentlich lustig, weil, darüber habe ich gerade nachgedacht, ähm, Frauen sind ja, man sagt ja, wenn eine Frau fremd geht, in den meisten Fällen, ich will hier keine Stereotypen, ne, wieder aufmachen, aber in den meisten Fällen, wenn eine Frau fremd geht, sagt man ja, es ist, weil eine Frau Liebe sucht, sich vernachlässigt fühlt und nicht fremd geht aus sexuellem Verlangen heraus und der Mann geht auch fremd, mein Ex hat damals zu mir gesagt, dass er mir fremd gegangen ist. Das war für mich wie ins Fitnessstudio gehen, ich bin reingegangen, bin rausgegangen und danach habe ich nicht mehr darüber nachgedacht. Ja, so hat er mir das erklärt, dass es bei allen Männern Wurzelt sei. Das war damals die Ausrede von meinem Ex. Auf jeden Fall, und auf jeden Fall ist mir das immer so ein bisschen hängen geblieben, dass Männer ja ganz oft fremd gehen und trotzdem eine Frau lieben und eine Frau eher fremd geht, wenn sie den Partner nicht mehr liebt oder beziehungsweise sich selbst nicht geliebt fühlt und sich dann halt nach jemand anderem sehr sehnt und es ist wahrscheinlich schwer für einen Mann zu begreifen, der eine emotionale Frau vor sich hat, dass diese diese Emotion plötzlich auf der Arbeit so krass ablegen kann und nicht mehr der Part ist, der emotional auf das andere Geschlecht reagiert. Das ist vielleicht auch nochmal sehr schwer zu verstehen, wenn ich mich in einen Mann gerade reinversetze. Würdest du nochmal in den Job gehen beziehungsweise wenn nein, was sind die Gründe dafür? Also ich würde wahrscheinlich nochmal in den Job gehen, aber ich würde wahrscheinlich die Zeit etwas verkürzen, dass es keine sieben Jahre sind, vielleicht einfach nur zwei Jahre Erfahrung, das reicht dann auch aus. Aber würdest du jetzt nochmal? Also jetzt nochmal nicht, nein. Nein. Warum nicht? Weil ich mich gerade super sicher fühle mit meinem Job, den ich jetzt habe und glücklich darüber bin, dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe. Ich bin auch stolz auf dich. Ach, danke schön. Würdest du denn nochmal den Job machen? Nein. Ich mache ja gerade nur, was heißt noch? Ich mache gerade Onlyfans. Das ist ähnlich, nur dass es halt online stattfindet und nicht ja, physisch. Ich habe immer noch diese Leidenschaft zu dieser erotischen Kunst behalten und tanze auch gerne noch an der Stange, mache gerne Palldance, mache gerne ästhetische Bilder und so weiter. aber ich bin gerne in meinen vier Wänden, während ich das mache und kann auch gerne mein Handy mal beiseite legen, wenn ich sage, das wird mir jetzt gerade zu viel oder eine Person auch blocken und bin nicht mehr gerne für jeden erreichbar, wie ich es im Laden, wenn ich vor Ort bin, eventuell muss. Genau. Also ich würde den Job nicht mehr machen. Was ich vielleicht nochmal machen würde, wären richtig coole Palldance-Shows. Oh ja, weißt du noch unsere? Ja, auf der Tattoo-Convention. Ja, in Flensburg. Waren wir nochmal geschlafen? Ich weiß es nicht mehr. Haben wir überhaupt geschlafen? Finde ich steif an der Stange. Wir waren auf der Tattoo-Convention gebucht und hatten uns vorgenommen, wir trinken ein bisschen was. Ein wenig. Ein wenig. Es ist komplett ausgeartet und wir hatten ein Hotelzimmer. Wir sind aber nicht in unser Hotelzimmer gegangen, sondern wir haben, ja, wir sind in irgendeine After-Ober-Bar gegangen. Das musst du erstmal schaffen in Flensburg, eine zu finden. Ja, und dann haben wir am Strand geschlafen und wir dachten, das wird super, wir können dort bestimmt voll tief schlafen, aber du kannst halt an einem vollen Strand einfach gar nicht schlafen. Also sind wir komplett ohne Schlaf mit so einem Schädelhämmer. Mittags um zwölf zur ersten Show auf die Convention gegangen. Ich weiß nicht, wie wir es damals geschafft haben. Ich habe keine Ahnung. Und ich weiß noch, da waren so viele Zuschauer und man hat so gezittert. Ja, ja, ja. Ja. Krass. Ja, auf jeden Fall, so eine Show würde ich nochmal machen, aber jetzt vielleicht nicht auf Tattoo-Conventions, ich weiß es nicht, da müsste schon so eine richtig krasse kommen, die mich anfragt. Aber ansonsten, wenn weibliche Künstler mich fragen würden, vielleicht für Musikvideos oder so und ich wirklich selber entscheiden darf, wie ich tanze und die Choreo selbst entscheiden darf und wirklich meine Kunst mit eindringen darf, dann hätte ich vielleicht Bock drauf. Aber ich würde mir nicht mehr vorstellen können, nachts mir da bis morgens Saures zu geben. Nee. Ich hatte auch noch zwei Shows in einem Musikvideo gehabt mit Poli, das hat auch Spaß. Wie ist es, eine Beziehung zu führen, wenn du den Job machst? Also wo du getanzt hast, wie war es? Eine Beziehung zu führen? Also ich hatte einen sehr coolen Ex-Freund, muss ich sagen, in dem Bereich, der kein Problem damit hatte. Er hat selbst als Security gearbeitet und es war eigentlich immer eher lustig, er hat sogar Shows von mir angesehen und Kumpels von ihm meinten dann manchmal so, hey Digga, wie kannst du deine Frau da so tanzen lassen? Aber er hat mich immer verteidigt und meinte, ihr kennt sie nicht, ihr wisst nicht, wie sie privat ist, sie ist die treuste Frau und für ihn war das also kein Betrügen und hat mich immer sehr verteidigt und das war eine witzige Zeit, weil wir halt beide damals nachts gearbeitet haben und das war cool. Das war damals so eine Bonny- und Kleid-Beziehung, glaube ich, wie man sich das vorstellt. Hat trotzdem nicht funktioniert, aber aus anderen Gründen war witzig und ich glaube, es kann funktionieren. Man braucht halt einfach nur ein Gegenüber mit einem kleinen Ego, der nicht ständig das Gefühl hat, er wird jetzt gerade bedroht, weil man vielleicht mal mit einem anderen Mann redet oder, 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 so wie es eigentlich in jeder Beziehung sein sollte. Also ich glaube, eine Beziehung, die das durchhält, die hält noch viel, viel mehr aus, bin ich der Meinung, weil wenn du deinen Mann liebst oder deinen Partner, oder deine Partnerin, whatever, dann wird dich das gar nicht reizen dort, sondern dann kannst du das auch komplett als Job sehen. Dennoch verstehe ich das, dass es für einen Partner vielleicht schwer ist, aber ich glaube, man kann in sowas reinwachsen und auch daran wachsen vor allem. Also im Großen und Ganzen möchte ich auch dazu sagen, dass ich sehr, also auch viel Positives sowie auch Negatives erlebt habe und man muss halt eine sehr gefestigte eine sehr gefestigte Persönlichkeit haben, um auch in dem Job standzuhalten. So wenn du eine gebrochene Seele bist von Anfang an, dann kann sich der Job auch kaputt machen. Ich habe leider auch erleben müssen, dass zumindest durch einen Konsum von einer Mitarbeiterin mal sie zum Tod geführt hat, weil sie einfach nicht ihre Grenzen kennt und selber auch ein sehr verlorener Mensch war und solange du selbst bei dir bleibst und weißt auch deine eigenen Grenzen, kannst du, egal ob du den Job oder nicht, kannst du sehr weit kommen und ja, es hat mich auf jeden Fall ich muss sagen, als einen sehr erfahrenen Menschen gemacht. Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt, aber ja. So wie Bella gerade schon gesagt hat, ist dieser Job auf jeden Fall etwas für Menschen, die gefestigt sind in ihrem Leben und man sollte nicht aus Geldnot heraus anfangen. Sagt die Richtige, ich habe es damals auch gemacht, aber wenn ich jemandem da einen Tipp geben darf, dann guckt euch die Läden immer gut an, in denen ihr arbeiten wollt, falls ihr das machen möchtet. Befasst euch mit euch selbst, warum ihr das macht, ob ihr euch das wirklich vorstellen könnt, auch wenn ihr euch mal wegdenkt, was ihr dabei verdienen könnt. Und wenn ich euch einen Tipp geben kann, ist, wenn ihr mal in diesem Job arbeiten solltet, auch nebenbei, dass ihr euch das Geld auf jeden Fall zur Seite legt, damit ihr auch in etwas investieren könnt. Das habe ich nämlich gemacht und das war mein Fehler. Ich habe es einfach direkt mal ausgegeben, mach das bitte nicht, spart es. In diesem Job verdienst du halt schnelles Geld, einfaches nicht, ich würde gerade einfaches sagen, einfaches ist nämlich nicht und das ist ganz wichtig, dass man sich vor Augen hält, dass man das nicht für immer machen kann. Ich meine, es gibt auch viele andere Jobs, ich kann mir auch als Chirurg die Hände brechen oder sonst was oder eine psychische Erkrankung wird ja auch total unterschätzt bekommen und in meinem Job nicht mehr arbeiten können, aber in diesem Job kannst du zu 50 Prozent auf jeden Fall, sage ich mal, ab 45 vielleicht nicht mehr arbeiten, gerade durch den ganzen Alkoholkonsum und so weiter und das willst du vielleicht auch nicht mehr, deswegen leg dir immer so viel Geld beiseite, dass du selbstbestimmt bleiben kannst und dass du sagen kannst, ich möchte jetzt raus und ich kann jetzt auch raus und nicht sagen musst, so einen Abend hatte ich nämlich oft, als ich ganz jung war, oh scheiße, ich muss jetzt arbeiten gehen, sonst kriege ich meine Miete nicht zusammen, ich muss jetzt arbeiten gehen, sonst kriege ich das nicht hin. So als ich so 18, 19 war, da habe ich gar nicht mit dem Geld umgehen können und so wie ich es halt an dem Abend ausgezahlt bekommen habe, so habe ich es auch ausgegeben, weil ihr habt halt nicht am Ende des Monats einen Arbeitgeber, der euch, keine Ahnung, drei, vier tausend Euro gibt, sondern ihr habt tägliche Auszahlungen und dadurch ist es halt super gefährlich, dass das Geld genauso schnell, wie es reinkommt, auch wieder vergeht und weil ihr eine Kompensation zu der Arbeit braucht. Also ich habe bei ganz vielen Frauen erlebt, dass sie dadurch, dass der Job ja schon sehr viel mit ihr macht, seelisch und sehr viel von dir nimmt, dass die sich durch Materielles wieder etwas im Alltag, dem Leben rausholen wollten, was natürlich totaler Quatsch ist, aber in dem Moment funktioniert das kurz und deswegen, wie Bella schon gesagt hat, spart euer Geld, investiert es und macht irgendwas Schlaues damit und seid nicht so doof und gebt euer Geld einfach so aus. Ansonsten fand ich, war das ein sehr, sehr schöner Podcast. Ich bin super froh, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so intim mit mir darüber geredet hast, weil das ja auch super viele Seiten von dir gezeigt hat an ganz viele fremde Leute. Ich freue mich auf jeden Fall auch hier sein zu können in deiner Anwesenheit, dass wir nochmal ein Gespräch überführen konnten und auch so ein bisschen in die Vergangenheit geschweift sind. Das gibt nochmal ein bisschen freundschaftlichen Vibe. Es war auf jeden Fall schön, mal wieder so in Erinnerung zu schwelgen, kann man das so sagen? Ja, fand ich auch. Mit dir, ja. Wenn ihr ansonsten noch weitere Fragen zu dem Thema habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare und gebt uns bitte gerne ein Feedback, wie ihr den Podcast diesmal fandet. Bellas Instagram und so weiter werden unten in der Bio, in der Beschreibung verlinkt, falls ihr noch mehr über sie wissen wollt. Auch wenn ihr Ideen habt, wer als nächstes hier auf Bellas Platz sitzen könnte, wen ihr euch da hinwünscht, dann schreibt es uns in die Kommentare. Das ist ganz wichtig, denn wir wollen ja wirklich hier Themen ansprechen, die euch ansprechen. Und ansonsten abonniert mich, damit ihr keine Folge verpasst und bis ganz bald.